Es ist wieder Jahresanfang und es ist auch die Zeit, wo viele Mandanten ihre US-Expansion in Angriff nehmen. Und natürlich stellt sich da die große Frage, welche Rechtsform in den USA ist am besten geeignet für diese US-Expansion? Ganz klar, der am weitesten verbreitetste Typ an Gesellschaft in den USA ist die USLLC. Und daher raten natürlich viele US-Anwälte dazu, als US-Gesellschaft eine USLLC zu gründen, ohne aber genau zu wissen, welche Folgen das in Deutschland oder in Europa generell aus steuerlicher Sicht hat. Hier will ich nun erklären, warum die USLLC in den meisten Fällen nicht dafür geeignet ist, eine US-Tochtergesellschaft zu gründen. Hier sind signifikante Risiken damit verbunden und besser solltest du eine andere Rechtsform wählen, wenn du über die US-Expansion deines Unternehmens nachdenkst. Sehr wichtig, hier sprechen wir nicht von der sogenannten Disregarded Entity USLLC, die in den USA keine Steuern bezahlt. Wenn du also in einem steuergünstigen Land wohnst und eine LLC gründen willst, die in den USA keine Steuern bezahlt, dann betrifft dich dieses Video nicht. Dazu haben wir viele andere Videos gemacht. Hier geht es tatsächlich darum, wenn du eine Gesellschaft gründen wirst, die in den USA Steuern bezahlen muss und was hier die richtige Rechtsform ist. So, zunächst mal die Frage, warum gibt es dort überhaupt Probleme mit der USLLC? Nun, wichtig ist zu verstehen, in Europa spezifisch in Deutschland gibt es die Rechtsform der LLC nicht. Das heißt also, hier im internationalen Verkehr zwischen den Finanzämtern und Finanzbehörden muss dann jeweils entschieden werden, wie eine solche US-LLC eingestuft wird. Ist sie nun eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft? Und das wirkt sich natürlich dann sehr auf die steuerliche Betrachtung aus. In Deutschland gibt es hier eine Anleitung vom Bundesfinanzministerium, wie hier entschieden werden soll, ob es sich bei der LLC um eine Kapital- oder um eine Personengesellschaft handelt. Da wird im Wesentlichen in die Satzung geschaut und es werden auf so Dinge Rücksicht gelegt, wie zum Beispiel Stammkapital, Veräußerbarkeit der Anteile, Sitz der Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Also, das heißt, hier wird von Fall zu Fall entschieden, handelt es sich um eine Personengesellschaft oder um eine Kapitalgesellschaft. Es besteht also immer ein Restrisiko, dass das deutsche Finanzamt diese Gesellschaft nicht so einstuft, wie man eigentlich möchte. Und aufgrund dieser Thematik ergeben sich dann eben weiterführende steuerliche Risiken. Insbesondere haben wir drei Steuerfallen identifiziert, die ich nun kurz beschreiben möchte. Steuerfalle Nummer 1, sagen wir, eine Gruppe von deutschen Gesellschaftern gründet eine US-LLC, um in den USA zu investieren, um dort ein Unternehmen aufzubauen. Man geht davon aus, dass die Gesellschaft eine Personengesellschaft ist. Die Gesellschafter gehen also davon aus, dass sie in den USA einkommenssteuerpflichtig sind. In Deutschland dann aber keine Steuern mehr unter Progressionsvorbehalt auf die Gewinne der US-LLC bezahlen müssen. Wiedererwartend entscheidet das Finanzamt, dass die LLC keine Personengesellschaft ist, sondern eine Kapitalgesellschaft, dann müssen alle Gewinne, die die Gesellschafter in Deutschland erhalten haben, als Gewinnausschüttungen aus der Gesellschaft, die bereits in den USA versteuert sind, nochmals als Dividenden mit Abgeltungssteuer belegen. Die in den USA bezahlte Steuer wird nicht angerechnet. Im Einzelfall kann es so zu einer Gesamtsteuerbelastung von mehr als 60% kommen, was natürlich sehr unattraktiv ist. Wohlgemerkt, hier geht es darum, dass natürliche Personen direkt oder indirekt über andere Personengesellschaften an der US-LLC beteiligt sind. Steuerfalle Nummer 2, die sogenannte Branch Profit Tax in den USA, die sogenannte Zweigniederlassungssteuer. Sagen wir, dass eine deutsche GmbH eine US-LLC gründet, an der sie zu 100% beteiligt ist. Die LLC wird in den USA als transparente Personengesellschaft besteuert, aber nach einer deutschen Betriebsprüfung bei der GmbH entscheidet das Finanzamt, dass die LLC aus deutscher Sicht eine Kapitalgesellschaft ist und nicht eine transparente Personengesellschaft. Aufgrund der abweichenden Einordnung der deutschen Gesellschaft entscheidet dann die amerikanische Finanzbehörde IRS im Rahmen eines Audits, ist, dass die Gewinnausschüttung der LLC an die GmbH unter die sogenannte US-Branch Profit Tax von 30% fallen. Hier greift dann auch nicht die Abschirmwirkung des Doppelbesteuerungsabkommens. Und somit haben wir dann wieder eine Besteuerung von möglicherweise 60% der Gewinne. Viel schlimmer ist allerdings noch, dass unter der Annahme, dass die LLC in einem sogenannten Unitary Tax Bundesstaat registriert ist oder dort tätig ist, dazu zählen zum Beispiel New York oder auch Kalifornien, sämtliche Gewinne der deutschen GmbH, du hast mich richtig verstanden, sämtliche Gewinne der USA mit US-Steuern belegt werden, jedenfalls mit Gewinnsteuern des Bundesstaates, was also nochmals bis zu 10% im Falle von Kalifornien oder auch New York sein kann. Steuerfalle Nummer 3, Ort der Geschäftsleitung. Wird die US-LLC von Deutschland ausgeleitet? Dies ist ja ganz häufig der Fall. Also du gründest eine Niederlassung, eine Tochtergesellschaft in den USA im Rahmen deiner Expansion deines deutschen Unternehmens. Zunächst mal bist du selbst geschäftsfültige Gesellschaft und nimmst die Geschäftsleitung von Deutschland aus wahr. Und somit haben wir dann eine sogenannte Leitungsbetriebsstätte in Deutschland. Und dann sind wir effektiv in der Doppelbesteuerung. Denn dann wollen letztlich die USA die Gewinne besteuern. Gleichzeitig will aber auch Deutschland die Gewinne besteuern. Denn dort ist ja dann eine Betriebsstätte. Und somit wirst du tatsächlich zweimal Steuern bezahlen müssen. Das lässt sich nur mit einer geeigneten Geschäftsführungsstruktur verhindern. So, das sind sie, die drei Steuerfallen. Deswegen raten wir allen Mandanten aus Deutschland oder generell aus Europa, wir haben in UK zum Beispiel genau die gleichen Probleme, Generell verwende keine US-LAC für deine US-Expansion. Verwende eine US-Corporation, das ist eine Kapitalgesellschaft. Die wird genauso behandelt wie zum Beispiel eine GmbH oder eine AG. Oder wenn du unbedingt eine Personengesellschaft verwenden willst, dann verwende eine Limited Partnership, die entspricht der Kommanditgesellschaft. Und damit ist sie auch beim deutschen Rechtstippenvergleich ganz klar korrekt einzuordnen. Bei beiden Gesellschaften, bei beiden Rechtsformen wirst du normalerweise keine Probleme haben. Wobei das Thema der Geschäftsführung natürlich auch bei diesen Rechtsformen gegeben ist. Nochmals, das alles betrifft dich nicht, wenn du eine Ein-Mann-LAC gründest, die letztlich keine Steuern in den USA bezahlt. Das gilt alles nur für jene Mandanten, die Betriebsstätten in den USA haben, die tatsächlich in den USA Steuern bezahlen. Wenn du ebenfalls vorhast, mit deinem Unternehmen in die USA zu expandieren, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir sind seit 2008 in den USA aktiv. Wir haben unser Büro in Austin, Texas und helfen von dort aus vielen deutschsprachigen Mandanten bei ihrem US-Expansionsprojekt. Den Link zum Beratungsgespräch packe ich hier mit rein. Ich würde mich freuen, über dein US-Projekt mit dir zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei. Verküliez euch also einen beratungsgespräch. beherse ich mit ihnen allzuübte und damen. Verküliez euch am Herkanzlei. Verküliez euch gesund. Verküliez euch auf jeden Fall. Verküliez euch auf jeden Fall. Verküliez euch noch ein paar Jahre zur Schwarz-Schatz.